und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ARX Survivor EWOLF mit der Sachsparks und mit mir seine liebevolle frau ja die hässliche wäscherz geblühte dings bungs was momente hat die komischen momente das ist da muss besser sein da besser da ist besser da ist besser du ja was nur ja aber ist alles aus liebe zu dir mein Schatzi nur für dich so ich werde ein bisschen durch die insel latschen oder die steine sammeln ich sehe dich du schlägst wieder alles kaputt hier wieder schon wieder ja oder immer noch ist nix da welches level bist du 18 also hab ich gedacht fragst du mich schon welche level ich bin nein hier so ein so ein so ein Tier ich hab so ein Tier gefragt hat mir nicht geantwortet die antworten mir alle nicht ähhhhh wo ist unser Haus? ein bisschen weiter ja da hinten bin ich hingelaufen hm hast du wieder das licht angelassen hier mein gott du warst es ja ja schon klar ich war es wieder natürlich da bist du immer schuld theater fahrrad stein da ist ein stein krieg ich wieder ärger wer soll� das sich wissen von mir bekommst du noch nicht bien so geht das nicht wo muss ich das machen stroh stein ist das ist stein lalalala stroh dabei und chitin kommen einfach hier rein merkt er eh nicht lalalala alles ist gut ja ich glaube mache ich das hier ach jetzt habe ich mein Zeugs wieder vergessen ich bin so ein demlack das bist du jetzt nehme ich mir was zu essen mit jetzt nehme ich mir ein paar bedäubungsmittel mit so nein nicht die kiste ja zwei ich gehe jetzt mal auf die andere seite rechts von der insel und guck mal ob ich da irgendwas finde was wenn findest du als wird es sehr nett eisen ja du musst kloppen an den kleinen stein hier diese kleinen dinger wenn du diese kleinen steine klopft das öfter da findest du eher eisen als die großen ich meine ich auf jeden fall ist mir mal aufgefallen wie viel habe ich momentan bis jetzt habe ich drei und zu hause zwei ich brauche noch sieben hier in dem flachen gewässer sind mehr fische okay das muss ich mir merken das lecker stein zehn rohr fisch okay vielleicht ist da oben ja irgendwas schildkröte so ich brauche jetzt wasser wo der ist level 3 der wer perfekt du wärst doch das perfekte opfer für was zum thamen ah ich meinst du mich glaub ich hier ein weiblicher atrizie altered dat dort ich muss was warte mal da war einer da war ein kleiner ich habe ihn gehört yoga yoga der muss ich niederschlagen wo ist er da ist er ich hoffe der ist nicht so hoch Dann könnte ich den eventuell... Komm mal mit. Komm mal mit, Kleiner. Komm mal mit hier runter. Komm. Brav. Feines Dilo. Feini, feini. Komm her. Du musst mir mal helfen. Ich? Ja, du musst jetzt auf die andere Seite kommen. Du musst den niederboxen, sodass der nicht stirbt. Level 9. Okay, den könnten wir... kriegen. Warte, ich zieh den ein bisschen weiter weg. Ja, spuck du mal schön. Spucki, 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 spucki. Spucki, 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 spucki. Ist der... betäubt? Ist der betäubt? Nee. Wir müssen den niederboxen. Warte mal. Das schaffe ich schon. Warte mal. Na, versammt, brauche ich. Hahaha. Aber nicht töten. Nee. Jetzt läuft er weg. Komm her. Jo, ich habe ihn betäubt. Alles klar. Was braucht er? Fleisch? Fleisch. Na, super. Er bekommt jetzt Fleisch und dann bekommt er halt... Warte mal. So. Aber roh ist Fleisch, gell? Mhm. Das wird problematisch auf der Insel, gell? Benutzen, erzwingen. Wo ist denn seine Zahmeleiste jetzt? Warte mal. Er futtert. Hast du erst ihn gegeben? Ja, ich habe ihm was gegeben. Zähmen. Wir zähmen ihn doch. Warte mal. Ach komm, ich kann ja auch Bären sammeln. Guck mal hier, eine Narko-Beere für dich. Ah, scheiße. Nein, äh, diese... Hm? Er wird das nicht freiwillig essen. Weißt du das, oder? Ja, ja, das musst du erzwingen. Ja, genau. Und die Flüssigkeit hast du nicht genommen, oder? Die Flüssigkeit ist zehnmal besser als diese... Bären, meinst du? Ja. Ja, ich habe die doch hergestellt. Dieses Narko-Mittel. Ja. Diese, wer ist... Das hier, das da. Das da. Narko-Mittel. Konsumgut. Ich habe ein paar. 26 Stück nur? Hast du es schon genommen, oder? Ja, ich habe die mitgenommen. Ach, das geht ja voll schnell, Alter. Ja, wie niedriger, dann... Naja, der ist Level 9. Dann geht das ein bisschen schneller. Weißt du nicht, wo du bist jetzt gerade? Äh... Rechts von dir. Auf der anderen Seite. Du bist jetzt an dem Strahl und dann rechts von dir stehe ich. Ah, da war eine andere Seite. Ja, hier. Hier ist so ein Dilo jetzt. Du tötest irgendwas? Ja. Fleischfresser. Alter! Schlag ihn nieder! Hab ich schon. Welches Level? Ist er bewusst los? Er ist tot. Okay, egal. Der war... 64. 64, ja gut. Wie geht's? Bewusst los ist er noch? Boah, das müsste eigentlich easy gehen. Na, dann sammle ich noch ein paar Bären hier so lange. Dann habe ich einmal schon mal einen Begleiter, der mir beim Jagen helfen kann. Das ist cool. Dann bräuchte ich das selber nicht machen. Ah, der? Mhm. Ja, wenn du ein paar Stück davon hast, von den kleinen 4, 3, 4 Stück, so, dann jagst du die einfach auf deinen Opfer und dann hast du Ruhe. Dann jagen die für dich. Nur auf ihn musst du mehr auf die Gesundheit und Schaden machen, gell? Mhm. Wenn der ist... Äh, der ist fast fertig. Ja, er ist fast fertig. Er ist fast fertig. Wie heißt denn der? Sollen wir ihn Adam nennen? Komm, wir nennen den Adam. Ich weiß schon, wie. Habe ich das? Habe ich nicht. Gehst du gleich zurück, dann kannst du die Fasern wieder mitnehmen. Ach, da oben ist ein Tor. Guck mal, das ist ein Riesentor. Ja, ich meine, da oben. Cool. Äh. Da ist er. Ja. Namen ändern. Habe ich schon. Hast du schon? Mhm. Bei mir ist... Ich weiß nicht, wieso, aber er ist bei mir rausgekommen, wie ich will ihn nennen. Oder? Ja. Nein, du schnuckige Putz. Nein, du. Nein, du bist so schuldig. Der folgt jetzt dir. Nein, der soll mir folgen. Nicht. Du musst denn jetzt... Warte mal. Name ändern. Adam. Adam freilassen! Ähm. Äh. Wo ist das nicht folgen? Eventar? Name ändern? Befehl folgen. Befehl deaktivieren. Aber der folgt trotzdem mir. Nein, der folgt... Warte mal. Er folgt mir jetzt. Ja. Gut. Wie ist denn dein Aggressionslevel? Warte mal. Was steht da? Aggressivfolge. Der soll eigentlich... Habe ich nicht nochmal gemacht. Dein Ziel an. Aggressionsgreif dein Ziel an. Ja, greif mein Ziel an. Das finde ich gut. Komm mit. Du darfst mein Ziel angreifen. Beug mir und greif mein Ziel an. Level 11. Ähm. Was wollte ich noch machen? Ich wollte den leveln. Oh, der hat mal ein ganzes Zeug. Noch. Das nehme ich jetzt wieder an mich. Okay. Gesundheit. Oh, ich kann gar keine Punkte verteilen. Ja, dann komm mal mit. Komm mal mit, Kleiner. Das ist geil. Ich liebe es, wenn die so... ...eim hinterher dackeln. Ich glaube, ich glaube auf Gesundheit erstmal noch. Zack. Einmal Gesundheit. Ähm. Jetzt gefällt es mir gerade nicht, dass es hier so dunkel ist. Ah, machst du... ...mach, baust du eine Brücke? Ja. Ah, cool. Das ist super. Bau mal eine Brücke. Ja. Nur ein Problem ist, ich habe zu viele Steine. Dann... ...mach doch hier eine... ...Kiste hin. Einfach. Ne, ich weiße das alles weg. Immer wieder... Nein, nicht wegschmeißen. Nein, nicht wegschmeißen. Die Steine brauchen wir doch noch. Dann mach eben eine Kiste und pack sie in die Kiste rein. Ne, ich kann das immer wieder sammeln an der Scheiß. So schlimm ist es auch nicht. Jetzt habe ich die aufgenommen, die Steine. Herstellbares... ...Kiste... Ja, Kleiner. Ich höre dich. Fallen lassen. Das, 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 das. Das auch fallen lassen. Wie, wie kann ich? Sollen wir mal gucken, ob wir nur was tarmen können oder was jagen. Wir gehen jagen. Wir gehen jagen. Alter. Ich geh jetzt mal nach da oben. Okay. Und schau mir das mal an. Das ist ja riesig. Hä? Nein. Ich kann nicht weiter. Warum? Wir sind doch gar nicht so viele auf dem Server. Also kann ich... Ach, du Kacke. Hier ist unser lieber Nachbar. Guck. Das ist bestimmt von Bratak. Ich habe gedacht, ich kann nicht so weitermachen und so weiter. Aber ich kann nicht Brücke bauen. Nicht? Nein. Und wem ist das? Warum nicht? Ja. Das ist von Bratak hier. Ah ja. Das ist von dem... Der Augenmeister, oder was? Die Brücke, diese Tor. Hey. Nein, Kumpel. Nicht machen. Schade, schade, schade. Wie mache ich's? Folg mir. Ach, jetzt folgt er dem scheiß Ding. Du sollst nicht alles angreifen. Warte mal. Aggressiv. Nee, das ist scheiße. Aggressiv neutral. Dein Ziel. Warte mal. Ja, du sollst doch nur mein Ziel angreifen, du Penner. Und nicht alles, was hier rumkreucht und fleucht. Holz. Wollen wir jetzt? Das habe ich. Das kann ich später. Käfig brauche ich nicht. Holz. Zaunfunktion. Geh mal andersrum. Komm mit. Renn kleiner. Holzball. Geh weg. Ich bin... Ich glaube, das kann ich nicht machen. Du hast aber extrem groß hier alles, was er gemacht hat, ey. Also ein riesen Areal. 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 Areal, ja. Das ist mega. Er hat ja drei Tore stehen. Kein Wunder, dass hier nichts mehr zu fressen ist. Der hat ja alles wahrscheinlich kaputt gekillt. Dein Channel wurde editiert. Okay. Nein, keine Ahnung. Aber man kommt aber auch nicht rein. Er hat keine Lücke gelassen. Komm, hier bin ich. Komm mit. Wo ist das? Wo ist das? Das, das... Ich glaube, das Name nehme ich. Da ist nicht viel los da unten. An der anderen Seite des Fluss. Zumindest sehe ich ja nichts. Wir können, wir finden nichts zum Jagen, Kumpel. Hey, level up. Ich? Nee, der da. Hier, der Kleine. Ach so. Mein Freund, der Adam. Komm, Adam. Jetzt greift er schon mit. Nein, neutral. Ach. Das ist schon wieder. Ja, der hat wieder angegriffen, obwohl er gar nicht sollte. Ich hoffe, wir überleben das hier. Oder ich. Nee. Ja, das war da mal ein Schuss in den Ofen. Ich bin tot. Ah, weil er den angegriffen hat. Wieso greift er den an? Der wird es wahrscheinlich auch nicht überleben. Ach ja. Wie blöd. Nein. 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 Scheiße, ich wundere, wenn die Brücke wieder nicht gerade, gell? Nee, das macht nichts. Ich habe gerade andere Sorgen. Mich also. Mein Dilo ist tot. Der Adam, der ist schon gestorben. Wurde von Kain getötet. Warum der alles angreift, weiß ich nicht. Obwohl ich denn doch nur gesagt habe, nur das, was ich angreife, soll der angreifen. Meine ich. Mann. Dumm. Ach ja. Da ist er. Na, hast du meinen Dilo getötet? Natürlich. Der ist tot. Leider ja. Adam, er ist tot. Er ist gestorben. Wo bin ich? Nein. Da bin ich. Tja, das war ja kurz. Kurz und schmerzlos. Das müssen wir dann nochmal machen. Warum hat er denn jetzt angegriffen? Das ist doof. Füße. War mir klar, dass der mir das nicht überlegt hat. Leben werden. Du. Schon wieder Gewicht. Ja, schon wieder. Du hältst dich für ganz toll. Hey. Wer, ich? Nein, hier. Diese komische Viech da. Hä? Jetzt habe ich den angezogen? Doch, bin ich doof. Jetzt habe ich meine Leiche wieder angezogen. Alter. Gebt mir mein Zeug wieder. Na gut, werde ich nicht gerade, aber ja. Ich lebe gefährlich. Denkst du, ich nicht? Nö. Nö. Du baust ja. Du gibst dich ja in keine Gefahr. Ach man, ich hatte mich so über den gefreut, über den kleinen Gefährten. Und jetzt ist er tot. Er ist tot. Aber du kannst mir noch von Nutzen sein. Ich brauche dein Fleisch. Das hat er gefährlich. Hm. Aber der gibt mir nichts. Kann man gar nicht. Zerfleischen. Nö. Das geht nicht. Ach man. Wie dumm. Dann muss ich mir einen neuen suchen. Fleisch habe ich noch. Nee, kein Dodo. Wenn das so relativ schnell geht. Okay. Ich muss das anders einstellen. Warum hat er den jetzt angegriffen? Hey. Warte mal. So. Hm. Greife Ziel an. Folgen. Oh. Ich muss hier alles einstellen. Greife dieses Ziel an. Mache ich jetzt mit. Tja. Welche Buchstaben nehme ich? V. Ich hatte doch ganz. T und Z. T und U. U. Wie war es mit Z? Nee. Mache ich einmal andermal. Muss ich gucken. So. Und ob ich hier einen neuen Weggefährten finden werde. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Und ich werde es weiter bauen. Mal sehen ob ich beendet. Bis nächste Folge. Und auch. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.